Das Kalbsbriß, der Milcher, der war jetzt einige Stunden im Kühlschrank beschwert und jetzt kann man das herausnehmen und kann sich hier um zum Beispiel ein Priß mit einfach gebacken, paniert, wie eine Art zu machen, steche ich mir das hier heraus, einen größeren Teil. Alles, was vom Kalbsbriß überbleibt, kann man trotzdem verarbeiten, denn ich gebe das in die Nudeln hinein, perfekt, und diese Teile werden heute Wiener Art gemacht.